Ich habe das Thema berufliches Vorbild gewählt, weil es in meinem Leben eine große Rolle spielt, insbesondere weil ich in die Fußstapfen meines Onkels trete und meinen Traum verfolge, Arzt zu werden. Durch seine Stiftung verkörpert mein Onkel Mitgefühl und Altruismus und zielt darauf ab, das Leben ländlicher und abgelegener Gemeinden zu verbessern. Seine unermüdlichen Bemühungen haben über 2,7 Millionen Menschen aus wirtschaftlich benachteiligten Verhältnissen das Sehvermögen zurückgegeben und mehr als 3.000 Kindern auf dem Land kostenlose Bildung ermöglicht. Sein Engagement für Bildung reicht noch weiter, er gründete im Namen seiner Tochter ein Gymnasium. Die Schule bietet Landkindern kostenlosen Unterricht und unterstreicht damit seinen Glauben an die Macht des Wissens und die Stärkung künftiger Generationen. Mein Onkel zeichnet sich durch seine Philanthropie und sein direktes Engagement in der Katastrophenhilfe aus. Seine Stiftung, eine gemeinnützige Organisation, stellt sicher, dass alle Ressourcen den Bedürftigen zugutekommen. Ob er in Krisenzeiten das Nötigste bereitstellt oder Gemeinden beim Wiederaufbau unterstützt, sein Mitgefühl ist grenzenlos. Inspiriert von seiner harten Arbeit, seinem Engagement und seinem unerschütterlichen Engagement im Dienste der Menschheit bin ich bestrebt, in seine Fußstapfen zu treten und eine Karriere in der Medizin anzustreben. Mein Ziel ist es nicht nur, den weniger glücklichen medizinische Versorgung zu bieten, sondern auch kostenlose Gesundheitskampagnen für diejenigen durchzuführen, die sich Krankenhausbesuche nicht leisten können. Indem ich unterversorgten Gemeinden medizinische Dienste anbiete, hoffe ich, das Erbe meines Onkels zu würdigen und zur Schaffung einer gesünderen und gerechteren Gesellschaft beizutragen. Damit komme ich zum Ende meiner Präsentation und bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar spannende Einblick geben konnte.